Wir kommen jetzt zum Gold Stevie Award in der Kategorie Unternehmen des Jahres und das gewinnt das Unternehmen Sixt, CE aus Pullach. Die Gold Stevie Award Trophäe nimmt heute Abend entgegen Frau Regine Sixt, Senior Executive Vice President Marketing. Sixt ist einer der weltweit führenden Mobilitätsanbieter und Deutschlands größter Autovermietung. Die Sixt-Gruppe bietet seine Autovermietung in 110 Ländern an und betreibt eine Flotte von 235.000 Fahrzeugen, hauptsächlich aus dem Premium-Segment in einem Netzwerk von über 3.000 Mietwagenstationen und 4.000 Mitarbeitern. Das berührt mich hier besonders, weil ich hier stehe im Hotel für Jahreszeiten, da wo vor 102 Jahren das Unternehmen Sixt um die Ecke gegründet wurde, hier in der Herzog-Bruder-Straße, von zwei Kunden, vielleicht drei Kunden zu 220 Millionen. Und ich danke dieser Jury, die so kostbar und so wertvoll mich ausgesucht hat. Ich danke dafür und ich glaube, ihr habt recht gehabt. Wir sind natürlich schon weltweit tätig. Jetzt in 105 Ländern. Unser letztes Projekt ist natürlich die USA. Unsere größte Herausforderung und das macht mich stolz. Und das ist eine Herausforderung, diesen amerikanischen Award in der Hand zu halten, um einen amerikanischen Kunden zufriedenzustellen. Thank you. Applaus Vielen Dank.